Guten Tag meine lieben Damen und Herren zum dritten Teil meines Battleteat Let's Plays. Diesmal wie versprochen mit dem Besitzer des Lichts. Moin! Wir spielen die Map mit dem U-Boot in der Mitte. Ja genau, da hat er es erfasst. Ich fahre mal direkt zu D durch. So, er ist erobert. Nein! Alter, warum ist das bei mir jetzt mal dritten? Jetzt hat er gerade das Tor geschlossen, ey. Okay. 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 Let's just see. Oh, daak, daak, daak. So, bist du gerade zum Server geflogen? Fackbar ist da. Oh, dieser Fackbiester. Äh, hängen könnte man nicht. Das ist meistens nur bei mir. Und dann steht irgendwann da so ein scheiß langer Text da. Mhm. Schön. Geht. 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 Oh, ey. Lol. Gegenseitig gekillt. Ficken. Das gibt's nicht. So was, hasse ich. So, jetzt schon nicht wieder. Oh, gut, ja. Ficken. Ficken. Fack. Fortsch tester, dass es überhaupt möglich ist, in die Zwischenräume vom U-Boot zu springen. Da hängt ja ein U-Boot an den Leinen und das ist auseinander geschnitten an ein paar Stellen, wo ihr dann noch nicht zusammengesetzt. Und da sind Lücken drin und ich frag mich, ob man da überhaupt reinspringen kann. Ob das überhaupt möglich ist. Aber wir halten jetzt 4-2-D. Wieso gibt es eigentlich CW-E aber kein A-B. Das ist ein schönen Ansatz zu ziehen. Da bist du auch schon wieder drin. Leute, wenn man auf dem U-Boot drauf ist, bekommt man die Karte von draußen gezeigt. Ich hab beide gekillt. Der war nice. Ich hab gerade leider nicht zum Widerbeleben dabei. Ich habe gerade leider nicht zum Widerbeleben dabei. D. 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 Oh Oh mein Gott. Gut noch. Ja! Ja, genau von dem habe ich vorhin geredet. Ich habe keine Waffe auf Fernkampf. Aka, Aka. Ne, die habe ich ja nicht dabei. Ich habe ja die ACWR. ACWR, die ist eigentlich relativ. Oh, da kommt ein großes Boot an. Wo bist du? Ich bin oben auf dem U-Boot. Oh Gott. Weißt du, was ich geil finde? Als diese Map rauskam, kam überall das Gerücht, dass man auf dieser Map mit einem U-Boot fahren könnte. Ja, ja. Aber du gibst dann zwei DLCs. Ich weiß. Ja, sonst hätte ich das Geld nicht ausgegeben. Hinten, 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 hinten. Großes Boot, großes Boot, großes Boot. Fuck. Ich habe zwei Hits gegeben. Ich habe einen Hits gegeben. Hier ist er drinnen noch. Nein. Boot zerstört. Nein. Boot zerstört. Hab einen. Juni, die wollen das Boot runterholen. Oh, Alter. Ich habe doch gesagt, die wollen das U-Boot runterholen. Das wird saftet. Ja, Mann. Murmeln abgeschnitten. Hä? Das sind die Murmeln abgeschnitten. Aber wie? Autsch. Der Zweifel hat mich. Hä? Der Zweifel hat das. Aha. Vor allem, wie du dich dafür verrenken müsstest, um während dem Kampf von hinten jemanden die Murmeln abzuschneiden. Ja, ich bin immer bei dir. Äh, was kann ich dafür? Ich bin auch gerade erst dort gespawnt. Ausgestiegen und war tot. Der Zweifel hat das erste Mal schicken. Dreifach kill. Hä? Feierkitzel für die jetzt ist vor. Ah! Was? 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 Wo Sind die denn der skies ав ؟ Was ist das? Na, wir sind heute 10. Ich weiß nicht, dass die gewohnt werden. Ich weiß nicht, dass die gewohnt werden. Ich weiß nicht, dass die gewohnt werden. Alter! Ich brauche unbedingt eine Fernkampfwaffe. Ja, das sieht mir aus wie Typ 88 LMG. Was habe ich denn hier alles freigeschaltet? Ach, ich habe eine neue Tarnung. Interessant. Hey, Tampen! Was, ich war es? Ja, ich habe schon mal zu gut so. So. Ich kann jetzt mit meinem Typ 8 Nachtwetter lang gehen. Ich kenne mich auf diesem Schiff noch gar nicht. LOL Au, D4 von oben. Leck mich. Ich kenne 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 mich. Und wenn es so weiter geht, wird unser Schiff nicht durch Gegner, aber durch die Raketenwerfer kaputt gemacht. Eigentlich muss man auch verteilen. Ach, was wir verstehen, wir hatten jetzt noch nie. Ich weiß, welche müssten verteidigen. Ne, ich war ja gut. Scheiße. Ach, nein, habe ich ja nicht. Ich weiß, wer ist das denn für? Wer ist denn hier? Oh, ich fallige ihn jetzt nicht durch, dadurch, dass die Bomben scharf gemacht wird. Komm, ich kriege mich. Komm, ich kriege mich. Oh, ja, komm. Na geil, das ist gut, dass ich kein Eskortet empfiehlt. Hier ist wieder ab, Babbel. Scheiß Feuer, bin ich. Boah, wo kommt man rein? Nein. Ach, da. Ich bin eher ganz auf die Hände, wenn ich nicht wollte. Ach, wir sind schon weiter. Ja. Irgendwann, wir können es schaffen. Kaff hier oben, weil wir so überlösen können. Ja. Ja. Schafft das, leider. Ja. 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 Ich wurde so ausgeglichen. Ne. Ach so. Nein, ich muss das auch einfach mal eine Kati anschauen, aber bestimmt auch nicht mehr da. 1,9. Ach so. 1,9 Junge. Ja. Warte rein. Ja, warte. Ja, das sehe ich gleich. Ja, 13.8. Kann ich hochladen. Hoffe euch hat die Folge gefallen. Und auf Wiedersehen. Tschau. Bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt.